Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier bei unser Sammlerteam. Heute habe ich etwas ganz Besonderes für euch und möchte mich erst einmal ganz herzlich bei Gerhard und Wolfgang bedanken, zwei Stammzuschauer hier bei unser Sammlerteam. Heute habe ich für euch einen Komplettsatz mit Meerestieren aus Indien. Das kommt aus dem Kinderjoy-Ei. Produziert werden die Eier laut Beifachzettel auch in Südafrika. Ich denke, dass diese auch also in Südafrika im Kinderjoy-Ei sind. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen des neuen Videos dieser tollen Kinderjoy-Serie, die jetzt richtig gut in den Sommer passt. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. 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 Euer Stefan von unser Sammlerteam. Macht's gut! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.